UNTERTITELUNG Hey! Ich will den perversen, nicht bei mir. So sieht man sie wieder. Immer noch da. Und du? Immer noch pervers? Die Steckende vom KZ in Bauer. Könnt ihr das wegmachen? Was soll's denn werden? Mach einfach. Was sollen wir machen, Hans? Alles. Alles, was wir wollen. Du gehörst nicht hier. Und du? Bist du eifersüchtig? Nein, ich muss mal ein Flux zu holen. Hey, ich bin mich. Was soll's zockt, Depport? Ich kann dir helfen, meine Frau. Wenn du willst. Wie ist er gern? Nun hast du mir keine Einhauten. Wann sie ab? Nein. Nein.